In diesem Video gebe ich euch eine Zusammenfassung der Videoserie. Das war die Videoserie. Ihr habt jetzt sieben Stunden lang Videos geguckt, beziehungsweise noch länger, wenn ihr wirklich immer Pause gedrückt habt, wenn ich das gesagt habe, was ich hoffen will. Vermutlich erinnert ihr euch gar nicht mehr, was ich vor sieben Stunden erzählt habe. Deswegen gibt es hier nochmal die komplette Serie, alles, was ich an Informationen euch gegeben habe, im Schnelldurchlauf in ganz kompakter Zeit. Wir haben damit begonnen, die Konsole in eurem Browser zu öffnen und haben unsere erste eigene Ausgabe geschrieben in Form eines Strings. Ein String ist eine Zeichenkette, in der beliebige Wörter und Texte stehen können und man schreibt Strings, indem man drumherum doppelte oder einfache Anführungszeichen setzt. Wenn man ein Anführungszeichen im String selbst hat, escaped man den mit einem Backslash davor. In JavaScript ist es egal, wie viele Leerzeichen oder Leerzeilen ihr im Code habt. Wenn ihr was rechnen wollt, geht das wie in eurem Taschenrechner. Plus, Minus, Mal geteilt. Wenn ihr allerdings eine Kommazahl schreiben wollt, müsst ihr einen Punkt setzen. Beim Rechnen, aber auch bei allem anderen in JavaScript, könnt ihr Klammern setzen, um etwas zuerst auszurechnen bzw. auszuführen. Computer können nicht unendlich zählen, deshalb gibt es eine größte und eine kleinste Zahl, die man mit der Exponentialschreibweise darstellen kann, die es ebenfalls in JavaScript gibt. Noch größer ist der Wert Infinity, der für Unendlichkeit steht. Um zwei Werte miteinander zu vergleichen, benutzt man Vergleichsoperatoren. Kleiner, größer, kleiner gleich und größer gleich sollte man noch aus der Schule kennen. Heraus kommt bei einem Vergleich true oder false, wahr oder falsch. Das sind boolsche Werte und nach Strings und Numbers der dritte Datentyp, den ich euch vorgestellt habe. Um zu gucken, ob zwei Werte gleich sind, nutzt man nicht ein Gleichzeichen, sondern zwei oder drei, wenn auch der Datentyp der Werte berücksichtigt werden soll. Das Gegenteil davon ist ungleich, wofür man ein Ausrufezeichen und ein Gleichzeichen schreibt, oder zwei Gleichzeichen, um auch hier die Datentypen zu berücksichtigen. Variablen sind Stellvertreter für Werte. Um eine Variable zu erstellen, schreibt man var, danach den Namen der Variable, danach ein Gleichzeichen und dahinter den Wert, am Schluss ein Semikolon oder ein Komma, wenn man noch weitere Variablen erstellen will. Es wird immer zuerst die rechte Seite ausgeführt, um dann den resultierenden Wert der Variable zuzuweisen. Plusgleich, Minusgleich, Malgleich und Durchgleich sind Abkürzungen, um eine Variable ausgehend von ihrem Wert zu verändern. Mit Plusplus addiert man 1 zum Wert einer Variablen, mit Minusminus zieht man 1 von ihrem Wert ab. Das heißt, Inkrement und Dekrement. Wenn man einen Inkrement- oder Dekrement-Operator hinter die Variable schreibt, wird der Wert der Variablen ausgelesen und erst anschließend intern 1 hoch- oder runtergezählt. Eine Variable wird zuerst deklariert und anschließend definiert. Wenn sie nicht definiert wird, also keinen Wert zugewiesen bekommt, ist sie undefiniert, undefined, was ein eigener Datentyp ist. Um eine Funktion aufzurufen, schreibt man den Namen der Funktion und danach eine runde Klammer auf und eine runde Klammer zu. Zwischen diesen Klammern können Parameter stehen. Die sind die Arguments, die Argumente der Funktion. Wir haben die Funktion alert aufgerufen und dadurch ein Dialogfenster erstellt. Mit der Funktion prompt haben wir ein Eingabefenster erstellt. Das, was ins Eingabefeld geschrieben wird, kommt als Rückgabewert der Funktion wieder zurück und den kann man sich in einer Variablen speichern, um ihn weiter zu verarbeiten. Um einen String mit einem anderen zu verbinden, schreibt man plus dazwischen. Um auszulesen, wie viele Zeichen in einem String sind, schreibt man Punkt Length dahinter. Wenn man das Zeichen an einer bestimmten Stelle des Strings auslesen möchte, schreibt man den Index der Stelle in eckigen Klammern hinter den String. Wichtig ist, man beginnt bei 0 zu zählen. Der Plusgleich-Operator funktioniert auch bei Strings, um einen String an einen anderen anzuhängen. Zahlen, die in Strings stehen, kann man nicht miteinander addieren, weil man mit dem Plus nur die Strings zusammenfügt. Man muss die Zahlen erst in Zahlenwerte umwandeln, mit parseInt, um eine Ganzzahl zu bekommen, oder parseFloat, um eine Kommazahl zu bekommen. Beim Computer entspricht alles dem Eva-Prinzip. Es gibt eine Eingabe, die wird verarbeitet und daraufhin gibt es eine Ausgabe, EVA. Wenn man mit Werten rechnet, die keine Zahlen sind, dann kommt als Ergebnis NAN raus, not a number, keine Zahl. Um Code nur dann auszuführen, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, schreibt man if dahinter in runden Klammern die Bedingung und dahinter in geschweiften Klammern die Anweisungen. Um auch Code auszuführen, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, kann man dahinter else schreiben und dann in geschweiften Klammern den Code. Wenn man weitere Bedingungen überprüfen will, kann man hinter das else das nächste if schreiben und hat ein else if. Wenn man nur eine Anweisung hat, kann man auch die geschweiften Klammern weglassen. Der Modulo-Operator ist in JavaScript ein Prozentzeichen und gibt den Rest einer Division zurück. Das ist praktisch, um zu gucken, ob etwas durch eine bestimmte Zahl teilbar ist, weil dann immer 0 rauskommt. Dadurch kann man zum Beispiel sehen, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist. Alle Werte in JavaScript entsprechen auch Bullschen-Werten. Wenn man leere Strings, 0, den Wert nan oder undefined in einen Bullschen-Wert umwandelt, kommt false raus, deshalb heißen diese Werte falsy. Bei allen anderen Werten kommt true raus. Deswegen sind die truthy. Um zu überprüfen, ob ein Wert keine Zahl ist, kann man die Funktion isNan benutzen, isNotAnumber, die true zurückgibt, wenn der Wert keine Zahl ist. Bei Nutzereingaben sollte man generell überprüfen, ob die Eingaben dem gewünschten Format entsprechen. Um mehrere Bullsche-Werte miteinander zu verknüpfen, braucht man logische Verknüpfungen. Die UND-Verknüpfung, die in JavaScript zwei UND-Zeichen sind, ist nur dann wahr, wenn beide verknüpften Werte wahr sind. Bei der ODER-Verknüpfung, die in JavaScript zwei senkrechte Striche sind, ist die Verknüpfung bereits wahr, wenn nur einer der Werte wahr ist. Die senkrechten Striche bekommt ihr auf der Windows-Tastatur mit Alt-Graph und der Taste mit den eckigen Klammern. Bei Max drückt ihr Alt und 7. Die Nicht-Verknüpfung negiert einen Wert. Dazu schreibt ihr ein Ausrufezeichen vor den Wert. Das kennt ihr schon vom Ungleich, das quasi ein negiertes Gleich ist. Wenn ihr viel Code habt, solltet ihr den dokumentieren, also dazu schreiben, was der überhaupt macht, damit ihr euch da auch noch später durchfindet. Das macht man mit Kommentaren. Das ist quasi Code, der ignoriert wird und nicht ausgeführt wird, damit es möglich ist, Anmerkungen zu schreiben. Für einen einzeiligen Kommentar schreibt ihr zwei Schrägstriche. Alles dahinter bis zum Zeilenende ist der Kommentar. Für einen mehrzeiligen Kommentar schreibt ihr einen Schrägstrich und einen Asterisk am Anfang und einen Asterisk und einen Schrägstrich am Ende. Das dazwischen ist der Kommentar. Um mehrere Anweisungen automatisiert nacheinander auszuführen, gibt es Funktionen. Um eine Funktion zu erstellen, schreibt ihr Function, danach den Namen der Funktion, dahinter eine runde Klammer auf und eine runde Klammer zu und anschließend zwischen geschweiften Klammern die Anweisungen der Funktion. Da könnt ihr alles reinschreiben. Ihr könnt auch innerhalb der Funktion eine weitere Funktion erstellen. Funktionen sind ein Datentyp in JavaScript. Das heißt zum Beispiel, dass ihr sie auch einer Variablen zuweisen könnt. Innerhalb einer Funktion können natürlich auch andere Funktionen aufgerufen werden. Welche Funktionen gerade aktiv sind, kann man aus dem Callstack nachvollziehen, dem Aufrufstapel, in der eine Funktion verzeichnet ist, solange sie aufgerufen ist. Um in einer Funktion Parameter entgegenzunehmen, schreibt ihr zwischen die runden Klammern einen beliebigen Namen für den Parameter. Mehrere Parameter trennt ihr durch Kommas. Eine Funktion kann sich auch selbst aufrufen. Allerdings ist das gefährlich, weil sie dann quasi unendlich oft aufgerufen wird, bis der Callstack voll ist. Das Ganze ist eine Rekursion und die Gefahr bändigen kann man durch eine Abbruchbedingung, die dafür sorgt, dass die Funktion irgendwann nicht mehr aufgerufen wird. Variablen sind nicht überall verfügbar, denn es gibt verschiedene Geltungsbereiche. Jede Funktion hat ihren eigenen Geltungsbereich. Das heißt, von außerhalb kann man nicht auf die Variablen und Werte zugreifen, die innerhalb der Funktion erstellt wurden. Innerhalb der Funktion kann man auf die natürlich zugreifen und auch auf die Werte von außerhalb. Das heißt, von innen hat man Zugriff auf außen, aber nicht andersrum. Das ist der Functionscope und der ist nützlich, um Werte zu verstecken. Um Werte von einer Funktion zurückzugeben, muss man return vor den zurückzugebenden Wert schreiben. An diesem Return Statement wird die Ausführung einer Funktion beendet, das heißt, die Anweisungen danach werden nicht mehr ausgeführt. Man kann das Return Statement auch ohne einen zurückzugebenden Wert benutzen. Das ist sinnvoll, um eine Funktion an einer Stelle abzubrechen. Zeilenumbrüche macht man in der Konsole, indem man die Umschalttaste und Enter drückt. Um Listen zu erstellen, kann man dafür in JavaScript Arrays verwenden. Die erstellt man, indem man zweieckige Klammern schreibt und dazwischen mit Kommas getrennt die Werte, die man in dieser Liste haben will. Um den Wert von einer Stelle auszulesen, schreibt ihr in eckigen Klammern hinter das Array den Index der Stelle, also wie bei Strings. Das Length-Attribut kann man auch verwenden, um immer jeweils den Index hinter dem Ende des Arrays zu erreichen, beispielsweise wenn man etwas an das Ende des Arrays anhängen will. Will man ein Array oder eine Liste verarbeiten, muss man Element für Element abgehen, da es keine Möglichkeit gibt, alles auf einmal zu verarbeiten. Dadurch, dass die Anweisungen dafür wieder und wieder wiederholt werden, heißt das Ganze iterieren. Dazu kann man Rekursionen einsetzen, es gibt aber auch Codekonstrukte, die speziell dafür gemacht sind, Anweisungen zu wiederholen, sogenannte Schleifen. Die while-Schleife führt Code solange aus, solange eine Bedingung erfüllt ist. Dazu schreibt ihr while dahinter in runden Klammern die Bedingung und danach in geschweiften Klammern die Anweisungen. Bei einer einzelnen Anweisung könnt ihr die geschweiften Klammern auch weglassen, das gilt für alle Schleifen. Der Kopf der for-Schleife besteht aus drei Teilen, dem ersten Teil der Initialisierung, wo Anweisungen einmalig vor dem ersten Durchlauf der Schleife ausgeführt werden, nützlich zum Beispiel um eine Iterationsvariable zu erstellen, dem zweiten Teil der Bedingung, die vor jedem Ausführen der Schleife einmal überprüft wird, die Schleife läuft solange die Bedingung erfüllt ist und dem dritten Teil der finalen Anweisung, die nach jedem Durchlaufen der Schleife einmal ausgeführt wird. Hier kann man zum Beispiel dann die Iterationsvariable hoch oder runter zählen. Die do-while-Schleife verhält sich wie die while-Schleife mit dem Unterschied, dass der Code in jedem Fall einmal ausgeführt wird, denn die Bedingung um zu überprüfen, ob die Schleife wiederholt wird, wird hier immer erst nach dem Durchlaufen der Schleife ausgeführt. Die for-in-Schleife ist nicht für Listen, sondern für Objekte ausgelegt. Sie funktioniert zwar auch bei Listen, aber sie ist bei denen die langsamste Schleife von allen, deshalb sollte man sie nicht für Rays oder andere Listen verwenden. Man kann eine Schleife auch vorzeitig abbrechen, indem man das break-Statement aufruft. Wenn man nur den aktuellen Durchlauf der Schleife abbrechen möchte und mit dem nächsten Durchlauf fortfahren will, muss man continue aufrufen. Wenn man eine if-else-Struktur hat, von der true oder false zurückgegeben wird, kann man die immer vereinfachen. Die if-Bedingung ist bereits true oder false, deshalb kann man bereits das Ergebnis dieser Bedingung zurückgeben. Mit dem Wissen überschleifen konnten wir dann sogar Primzahlen finden und Strings spalten. Da habt ihr gesehen, wie viel ihr bereits mit eurem bisherigen Wissen machen könnt. Ihr müsst einfach nur Dinge ausprobieren. Wenn ihr auf Fehler stößt, findet ihr heraus, was der Fehler ist und sucht nach Lösungen. In der objektorientierten Programmierung wird das zusammengefasst, was zusammengehört und dadurch das voneinander getrennt, was nicht zusammengehört. Deshalb gibt es Objekte, die verschiedene Properties haben, Eigenschaften. Die Funktionen, die an einem Objekt hängen, nennt man auch Methoden. Um ein Property eines Objekts auszulesen, nimmt man das Property, schreibt dahinter einen Punkt und danach den Namen des Properties. Alternativ kann man den Namen auch in eckigen Klammern hinter das Objekt schreiben. Dadurch kann man auch Zahlen übergeben oder zusammengesetzte Strings. Auf dieselbe Weise kann man die Properties auch definieren. Objekte sind ebenfalls ein Datentyp und weit verbreitet in JavaScript. Arrays sind Objekte und selbst Funktionen sind Objekte, ausführbare Objekte. Wenn man Objekte vergleicht, geht es nicht um Wertgleichheit, sondern um Identität. Deshalb sind beispielsweise zwei Arrays, die denselben Wert enthalten, angeblich nicht gleich. Das liegt daran, dass es zwei verschiedene Speicherarten in JavaScript gibt. Es gibt primitive Datentypen und Referenztypen . Arbeitet man mit Objekten, arbeitet man nur mit Referenzen zu diesen Objekten. Vergleicht man Objekte miteinander, werden die Referenzen verglichen. Die Objekte können denselben Inhalt haben, aber wenn es nicht ein und dasselbe Objekt ist, kommt bei einem Vergleich false heraus. Arrays haben verschiedene Methoden. Mit Push wird ein Element ans Ende des Arrays angefügt, mit Pop kann man das letzte Element abtrennen, Reverse kehrt die Reihenfolge der Elemente um, mit Shift wird das erste Element aus dem Array getrennt, mit Unshift kann man wieder eins vorne einfügen, mit Slice kann man einen Teil des Arrays extrahieren, mit Concat fügt man zwei Arrays zusammen. Das Ursprungsarray bleibt sowohl bei Slice als auch bei Concat unbeeinflusst. Mit Sort kann man ein Array alphabetisch oder numerisch sortieren und mit Splice kann man Elemente entfernen und Elemente einfügen. Groß-Kleinschreibung zu beachten ist in JavaScript wichtig. Das math-Objekt mit einem großen M enthält allerlei mathematische Methoden und Konstanten, unter anderem auch die Methode random, die eine zufällige Zahl zwischen 0 und 1 zurückgibt. Das kann man als zufällige Eingabe nutzen, um daraus beispielsweise Zufallswörter zu erstellen. Am math-Objekt kann man auch das Konzept von Namensräumen verstehen. Statt die Funktionen und Werte global verstreut zu lassen, was unter Umständen zu Namenskollisionen führen könnte, werden die alle im math-Objekt gebündelt. Das math-Objekt ist dadurch ein Namensraum. Das begegnet euch sehr oft, beispielsweise macht Google das bei seinen Programm-Bibliotheken, die sich alle im Google Namespace befinden. Beim math-Objekt sind die Konstanten alle großgeschrieben. Das ist eine allgemeine Konvention. Konventionen gibt es sehr viele in der Programmierung. Das ist, wenn man sich auf ein bestimmtes Vorgehen einigt, beispielsweise wie hier alle Konstanten groß zu schreiben, nicht aus einer technischen Notwendigkeit heraus, sondern zum Beispiel für eine bessere Lesbarkeit. Ein einfaches Objekt erstellt ihr, indem ihr zwei geschweifte Klammern schreibt. Zwischen den geschweiften Klammern könnt ihr Properties definieren, indem ihr den Namen des Properties schreibt, den könnt ihr in Anführungszeichen setzen oder auch nicht, das ist egal, dahinter ein Doppelpunkt und danach den Wert der Property. Mehrere Properties trennt ihr durch Kommas voneinander. Das Ganze nennt man auch Objektliteral. Jedes Objekt muss von irgendwoher kommen. Es gibt Vorlagen für jedes Objekt und ein Objekt wird aus einer Vorlage erstellt, indem man New vor die Vorlage schreibt. Instanziieren heißt der Prozess und das erstellte Objekt heißt deshalb Instanz. Die Vorlage, vor die man New schreibt, ist der Konstruktor, die das Objekt konstruiert. Konstruktoren werden mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Auch Arrays und einfache Objekte werden so erstellt. Die Schreibweise mit den Klammern ist bloß eine Abkürzung dafür. Um ein Datum anzugeben, habt ihr in JavaScript das Date-Objekt. Dazu schreibt ihr NewDate und dann in Klammern dahinter das Jahr, den Monat, den Tag und die Uhrzeit des Zeitpunkts, den das Date-Objekt repräsentieren soll. Wenn ihr keine Werte übergebt, speichert das Date-Objekt den Zeitpunkt, an dem es erstellt wurde. Ein Datumsobjekt hat verschiedene Methoden, um beispielsweise nur die Stunden auszulesen oder zu setzen oder die Tage. Es gibt auch die Methode getTime, die die Anzahl der Millisekunden zurückgibt, die seit dem 01.01.1970 um 1 Uhr vergangen sind. In JavaScript ist es Konvention, Wörter, die in einem Variablen oder Funktionsnamen stehen, dadurch voneinander zu trennen, dass man den ersten Buchstaben eines jeden Wortes hat. Groß schreibt. Das nennt man CamelCase oder auf Deutsch Binnenmajuskel. Hat man eine Variable und möchte verschiedene mögliche Werte, die diese Variable hat, durchgehen und je nach Wert bestimmten Code ausführen, sollte man dafür besser keine if-else-Struktur nehmen, sondern das Switch-Konstrukt. Man kann das mit einer Schablone vergleichen. Der zu überprüfende Wert geht Lücke für Lücke ab und da, wo er durchpasst, der Code wird ausgeführt. Umgesetzt wird das, indem man Switch schreibt und dahinter in runden Klammern den zu überprüfenden Ausdruck, zum Beispiel eine Variable. Danach geschweifte Klammern, zwischen denen die verschiedenen möglichen Fälle stehen, die man durchgeht, was auf Englisch Case heißt. Man kann auch ein Standardverhalten definieren mit Default, das ausgeführt wird, wenn die anderen Fälle nicht zugetroffen haben. Aber Achtung! Sobald ein Fall zutrifft, wird nicht nur der Code von diesem Fall ausgeführt, sondern auch von allen nachfolgenden Fällen. Das Verhalten ist bei 97% aller Einsatzzwecke unerwünscht, deswegen wollt ihr das vermutlich verhindern und das geht, indem ihr Break schreibt. Dadurch stoppt ihr die Code-Ausführung an der Stelle und erst der Code außerhalb des Switch-Konstrukts wird weiter ausgeführt. Wenn man etwas programmieren will, hat man meist keine Ahnung, wie man das macht. Deshalb solltet ihr euch nicht scheuen, die Suchmaschine eurer Wahl zu benutzen. Für JavaScript ist im Deutschen die Referenz von self-HTML empfehlenswert und die self-HTML-Wiki, sowie das Mozilla Developer Network und Referenzen von anderen Browser-Herstellern. Wenn ihr Englisch könnt, habt ihr eine noch viel größere Auswahl an Ressourcen, beispielsweise Stack Overflow. Wenn man eine Liste hat, bei der jeder Listenpunkt eine eigene Liste ist, wird daraus eine zweidimensionale Liste. Eine Tabelle. Wären bei dieser inneren Liste die Listenpunkte ebenfalls Listen, wären wir schon in der Dreidimensionalität. Dadurch werden mehrdimensionale, multidimensionale Datenstrukturen geschaffen. Je mehr Daten man hat, die miteinander in Beziehung stehen, desto mehr Informationen kann man aus diesen Daten auslesen und desto bedeutsamer werden die Daten. Die grundlegenden Operationen, um eine Datenbank nutzen zu können, sind erstellen, auslesen, ändern und löschen. Auf Englisch create, read, update und delete, abgekürzt CRUD. Konstruktoren sind in JavaScript Funktionen. Deshalb heißen sie auch Konstruktor-Funktionen. Innerhalb von Methoden referenziert das Wort this das Objekt, zu dem die Methode gehört. Dadurch ist es möglich, beim Instanzieren Properties zu definieren, die dann an der Instanz Productions verfügbar sind. JavaScript ist eine prototypenbasierte Programmiersprache. Jedes Objekt referenziert ein Prototyp-Objekt und die Properties, die beim Prototyp verfügbar sind, sind auch beim Objekt verfügbar, das es referenziert. Das kann man nutzen, um Properties auszulagern, zum Beispiel Methoden, die bei allen Instanzen einer Konstruktor-Funktion gleich sind und deshalb gemeinsam genutzt werden können. Man kann das Prototyp-Objekt auch noch im Nachhinein verändern und beispielsweise erweitern und die neuen Properties sind dann auch in den bereits erstellten Instanzen verfügbar. Das Prototyp ist eine Property der Konstruktor-Funktion, d.h. darüber kann man auf das Prototyp-Objekt zugreifen und daran Properties definieren oder es auf ein ganz eigenes Objekt setzen. Besitzt sowohl ein Objekt als auch dessen Prototype eine Property mit demselben Namen, wird auf das Property des Objekts zugegriffen, weil immer erst das Objekt nach einem Property abgesucht wird und erst anschließend dessen Prototype. Gegenüber den prototypenbasierten Sprachen stehen die klassenbasierten. Hier gibt es keine Prototypen, sondern Klassen, aus denen die Instanzen erstellt werden. Die referenzieren dann kein Prototyp-Objekt, sodass sie nach dem Instanziieren auch nicht verändert werden können. Wenn man Implementationsdetails eines Moduls von äußeren Zugriffen versteckt, kapselt man Komplexität ein. Eine Schnittstelle ist der Punkt der Interaktion von zwei Entitäten und heißt auf Englisch Interface. Eine Programmierschnittstelle ist eine API, eine Application Programming Interface. Skalierbarkeit ist, wenn die Leistung eines Systems steigendem Anspruch gerecht wird. Man sollte beim Entwickeln von Software sich immer schon Gedanken machen, wie verhält sich meine Software, je mehr sie genutzt wird. Wenn man das durchdenkt, erkennt man kritische Stellen in der Software und kann die schon beim Entwickeln vermeiden oder reduzieren. Man muss ein Prototyp nicht auf ein einfaches Objekt setzen. Man kann es auch auf ein beliebiges anderes Objekt setzen. Das Besondere hat das andere Objekt auch ein Prototyp-Objekt mit Properties, werden die geerbt. Das ist Vererbung in der Programmierung. In JavaScript passiert es darüber, dass ein Prototyp-Objekt ein eigenes Prototyp-Objekt haben kann, das wiederum ein eigenes Prototyp-Objekt haben kann und so weiter. Das ist die Prototyp-Chain, die Prototyp-Kette. Der Prozess, um ein Property innerhalb der Prototyp-Chain zu finden, heißt Property-Lookup. Haben mehrere Objekte innerhalb der Prototyp-Kette ein gleichnamiges Property, überdeckt das vorderste Property die hinteren, was als Property-Shadowing bezeichnet wird. Bei der Vererbung beginnt man immer mit einer abstrakten Grundlage und wird von da aus immer spezifischer. Der Type-of-Operator gibt den Datentyp eines Wertes in Stringform zurück. Die einzige Ausnahme ist null, das ein eigener Datentyp ist, aber laut Type-of-Operator ein Objekt ist. Null ist wie undefined ein Wert für nichts, und zwar konkret ein Wert, um die Abwesenheit eines Objekts auszudrücken. Deshalb sagt der Type-of-Operator, es sei ein Objekt. Mit dem Instance-of-Operator kann man überprüfen, ob ein Wert die Instanz einer bestimmten Konstruktor-Funktion ist. Instance-of liefert auch true zurück, wenn es keine direkte Instanz ist, sondern sich der Konstruktor irgendwo entlang der Prototyp-Kette befindet. Am Ende einer jeden Prototyp-Kette ist Object, weil alle Objekte von Object erben. Deshalb sind auch alle Objekte Instance-of-Object, auch Arrays und selbst Funktionen, nur nicht null. Null ist also ein Objekt, das kein Objekt ist. Wie undefined ist null falsy, aber im Gegensatz zu undefined spielt null in JavaScript so gut wie überhaupt keine Rolle. Der einzige Einsatzzweck ist, um das Ende einer Prototyp-Kette zu markieren. Innerhalb einer Funktion gibt es das Arguments-Objekt, das eine Liste mit allen übergebenen Parametern ist. Wie Arrays hat es ein Length-Property und man kann die Elemente auslesen, indem man mit eckigen Klammern den Index dahinter schreibt, aber es ist kein Array. Dadurch ist es möglich, Funktionen so zu schreiben, dass sie eine unbestimmte Anzahl an Parameter entgegennehmen können. ToDebug heißt Fehler beseitigen und mit dem Debugger-Statement könnt ihr den Debugger eures Browsers aufrufen. Das stoppt die Ausführung eures Codes und ihr könnt alle Anweisungen ab dem Debugger-Statement Zeile für Zeile durchgehen. Das ist praktisch, um nachzuvollziehen, was im Code vor sich geht und dadurch Fehler zu entdecken. Das, was this in einer Funktion referenziert, lässt sich verändern. Man kann eine Funktion auf ein beliebiges Objekt anwenden und das this in der Funktion referenziert dann das Objekt, auf das die Funktion angewendet wurde. Dazu schreibt man hinter den Funktionsnamen .apply und übergibt als ersten Parameter das Objekt, auf das man die Funktion anwenden will. Als zweiten Parameter kann man eine Liste mit Argumenten übergeben. Alternativ dazu gibt es call, was dasselbe macht, aber statt eine Liste mit Parametern übergibt man die Parameter einzeln. Dadurch, dass this verändert werden kann, ist es möglich, dass es nicht immer das referenziert, was es referenzieren soll und das ist immer wieder eine Ursache für Fehler. Die Konsole, also das, wo wir unseren Code die ganze Zeit ausgeführt haben, hat eine eigene API. Das Objekt console ist global verfügbar und er enthält beispielsweise die Funktion log, mit der man etwas in die Konsole schreiben kann. Mit der Methode PropertyIsEnumerable kann man überprüfen, ob die ForIn-Schleife über ein Property iterieren darf oder nicht. Außerdem geht die ForIn-Schleife durch die gesamte Prototype-Chain durch und iteriert über sämtliche geerbten Properties. Deswegen ist sie langsamer als die anderen Schleifen und deswegen sollte sie nicht für Listen genutzt werden. Außerhalb von Funktionen referenziert this das Objekt des GlobalScope. Das ist in Browsern das Window-Objekt. Bei Properties des Window-Objekts braucht man nicht Window da vorzuschreiben. Über die Property Document hat man Zugang zu der Webseite, die sich aktuell im Browserfenster befindet. Darüber könnt ihr die Webseite beliebig verändern und zum Beispiel Elemente entfernen. Alle Änderungen wirken sich übrigens nur in eurem Browserfenster aus, ihr braucht also keine Angst zu haben, irgendwas kaputt zu machen oder irgendwem zu schaden. Der Zugang auf die Elemente der Webseite ist eine API namens Document-Object-Model, abgekürzt DOM. Das ist die Basis für fortgeschrittene Frontend-Webentwicklung. Das waren die 7,5 Stunden in 25 Minuten runtergebrochen. Ich hoffe, ihr konntet viel daraus mitnehmen aus dieser Serie, ich habe versucht viel reinzustecken und trotzdem war das nur ein Crashkurs. Es gibt immer noch sehr viele Themen, die ich noch nicht mal angesprochen habe, reguläre Ausdrücke, JSON, das DOM, was ich am Schluss quasi nur angeteasert habe, was an sich schon eine Videoserie ist oder mehrere Videoserien. Das ist sehr komplex. Und die ganzen Bibliotheken, jQuery, Backbone, das wäre alles Material für eigene Videoserien. Egal, ob ihr jetzt bei JavaScript bleibt oder eine andere Programmiersprache lernt, ihr habt die grundsätzlichen Ideen verstanden. Ihr wisst, was Datentypen sind, ihr wisst, dass es unterschiedliche Datentypen gibt. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt zusätzlich noch eine andere Programmiersprache lernt, dadurch, dass ihr die Videoserie gemacht habt, wird es viel leichter sein, eine andere Programmiersprache zu lernen. Ich hoffe, euch hat die Videoserie gefallen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen hoch und liked CSS3Haltemr5.de auf Facebook. Dann werdet ihr auf jeden Fall noch zukünftig informiert, wenn ich irgendwie neue Videoserien rausbringe oder was auch immer. Teilt die Videoserie mit euren Freunden, dann können auch die das lernen. Programmieren ist heutzutage so wichtig wie nie. Und die Videoserie ist dazu da, dass jeder das jetzt lernen kann. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und tut das auch. Ich erkläre euch nämlich nicht nur Programmieren. Nein, doch, doch, ich erkläre euch nur Programmieren. Ja. Ja. Ja.